Im heutigen Video stelle ich euch 10 bzw. 5 Dinge vor, die unbedingt im Winter-Update 2020 ins Spiel kommen müssen. Viel Spaß dabei! Gute und herzlich willkommen! Nach Ewigkeiten bin ich heute mal nicht mehr alleine auf diesem Kanal, sondern ich habe Unterstützung geholt. Und zwar liked mir VenomAims, sein bezauberndes Stimmchen. Ganz genau, Freunde. 5 von diesen Punkten sind jetzt hier in diesem Video. Die weiteren 5 sind im Video auf meinem Kanal. Ich verlinke euch sein Video einfach in der Infokarte, Endcard und auch in der Beschreibung. Also ihr könnt es eigentlich gar nicht verpassen und schaut euch das Video dann auf jeden Fall nach diesem Video hier an. Ganz genau, Freunde. So sieht es aus. Aber ich würde sagen, wir labern gar nicht mehr lange drum, sondern fangen mal direkt an mit dem Video. Let's go! Die erste Sache, die wir uns wünschen für das Winter-Update ist eine Überarbeitung der Fahrzeugauswahl vor Rennen. Denn im Moment ist es ja so, dass wenn wir ein Rennen starten, alle Fahrzeuge dort angezeigt bekommen, die wir in der jeweiligen Kategorie haben. Es wäre mega geil, wenn wir nur so 3, 4, 5 Favoriten bei Fahrzeugen festlegen können pro Fahrzeugklasse und nur diese dann auch zur Auswahl kommen. Denn wer braucht denn jetzt noch einen getunten Centorno im Supersportwagenrennen, wenn man auch einen Krieger und einen T20 hat? Wisst ihr, was ich meine? Dann würde man Fahrzeuge viel schneller finden und fährt nicht aus Versehen mit einem falschen Fahrzeug. Zudem wäre eine Option ziemlich cool, dass man sich Fahrzeuge, auch getunte Fahrzeuge, leihen könnte gegen eine Gebühr. Dass man zum Beispiel sagt, ich hätte gerne Folge durch getunten T20. Das kostet dann für das Rennen, keine Ahnung, 5000 Dollar und dafür hat man eben gleiche Chancen gegen auch getunte Fahrzeuge. Fände ich eine ziemlich coole Variante, die Rockstar Games hier einbauen könnte. Der nächste Punkt wäre, dass wir endlich mal neue NPC-Polizeiwegen und Fahrzeuge bekommen würden. Weil ich glaube, wir sind uns alle ziemlich einig, dass die Polizeiautos, die in Los Santos zur Zeit noch auf der Straße herumfahren, wirklich nicht gerade spektakulär sind. Ja, klar gibt es schon verschiedene Varianten, aber die gibt es halt wirklich schon seit Ewigkeiten und die sind halt wirklich langweilig anzuschauen. Also es wäre wirklich mal langsam an der Zeit, da irgendwas Neues und vor allem mal was Ausgefallenes ins Spiel zu bringen. Ich meine, die Polizei muss ja gar nicht unbedingt in Supersportwegen oder hier den krassesten Luxuswegen herumfahren, was aber eigentlich schon geil wäre. Weil ich meine, ich stelle euch doch mal vor, ihr werdet irgendwie von drei McLaren verfolgt in den Polizisten-Locken, wäre eigentlich schon geil. Aber halt einfach mal generell was Neues, paar neue Designs und so weiter, was auch ein bisschen Abwechslung mal ins Spiel bringen würde. Das würde uns allen, glaube ich, wirklich schon reichen. Also schreibt an der Stelle doch mal einfach gerne in die Kommentare, was für Polizeiautos ihr denn gerne sehen würdet. Ich glaube, da habt ihr bestimmt ein paar Ideen. Die nächste Sache haben wir schon in unglaublich vielen Videos uns gewünscht und jetzt wird es aber auch mal richtig Zeit für. Denn wenn wir eine neue Map-Erweiterung im Winter bekommen, dann ist auch endlich die Gelegenheit, mal neue Häuser ins Spiel zu bringen. Und ich meine nicht irgendwelche komischen Stelzenhäuser und auch keine Apartments, die wir einfach nicht mehr sehen können, weil sie einfach langweilig sind, sondern mal richtige neue Villen. Ich verstehe es einfach nicht. Rockstar Games könnte doch ein komplettes Grundstück verkaufen und auf diesem Grundstück selber ist einfach automatisch der Passiv-Modus aktiviert. Das Ganze kann man jetzt auf zwei Arten und Weisen machen, denn Rockstar Games muss ja sicherstellen, dass theoretisch auch 30 Spieler aus der gleichen Lobby das gleiche Haus besitzen könnten. Das könnte ja passieren. Dementsprechend gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder man betritt das Grundstück und ist einfach nur im Passiv-Modus und kann dann entspannt ins Haus reingehen. Und der Außenbereich, Pool etc. ist trotzdem geschützt. Man teilt sich den jedoch mit den anderen Spielern, die diese Immobilie besitzen. Oder es ist sozusagen ein Ghost-Modus aktiviert auf diesem Grundstück. Das bedeutet, sobald man das Grundstück betritt, kommt man in eine Art Ghost-Modus und hat dann sozusagen die Map nochmal für sich selber. Also man sieht ja keine anderen Spieler mehr und die einen selber nicht. Das heißt, man kann einen auch nicht killen und man kann trotzdem auch mal das Außengelände von solch einer Immobilie nutzen. Dazu kommt, dass es mega geil wäre, wenn es auch draußen Parkplätze gäbe, dass man, wenn man mit dem Auto dahin fährt, einfach Steuerung und Kreuze oder was drückt, dass das Auto dann draußen vor der Tür gespeichert wird und man nicht jedes Mal in die Garage muss. Wäre so eine Option, wie das Ganze auch realistisch funktionieren könnte, fände ich mega geil. Was ist eure Meinung dazu? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Der nächste Punkt ist auch wieder ein sehr wichtiger Punkt, den sich viele GTA 5-Spieler wirklich schon seit Ewigkeiten im Spiel wünschen. Und zwar geht es dabei um das Job-Menü bzw. um das Gegner-Modi-Menü in GTA 5 Online. Denn ich glaube, jeder von uns kennt es und jeder weiß auch, dass es einfach wirklich komplett unübersichtlich gestaltet ist. Und wenn wir zum Beispiel einen Gegner-Modi spielen wollen, dann müssen wir nämlich erstmal gefühlt 5 Minuten nach unten scrollen, bis wir diesen Modus dann gefunden haben, weil die halt wirklich einfach alle untereinander geklatscht sind und das halt wirklich hunderte von Modi sind. Also es wäre wirklich mal gut, wenn Rocks ein komplett neues und vor allem auch überarbeitetes und richtig strukturiertes Menü mit eigenen Kategorien usw. dann ins Spiel einfügen würde. Wie zum Beispiel als eigene Kategorie dann zum Beispiel Sumo oder Deadline und halt jeweils die verschiedenen Varianten von dem Modus dann dort untergeordnet sind. Und ich glaube, es wäre auch gut, wenn Rockstar Games mal auf den ersten Blick direkt kennzeichnen würde. Wenn zum Beispiel irgendwelche Modi oder Missionen mit doppelt oder dreifach Geld am Start sind, dass man das auf den ersten Blick direkt erkennen kann, ohne auch wieder durch die ganze Liste zu gehen und dann ewig danach zu suchen. Und als fünften Punkt haben wir eine Sache, die Rockstar Games eigentlich auch schon angeteasert hat. Zwar nicht wortwörtlich, aber so von der Art her. Und zwar, dass man die Heists vom neuen Update auch als Polizist spielen kann. Rockstar Games hat ja gesagt, dass die neuen Heists ganz anders werden als die, die wir bisher kennen. Das ganze neue Szenario, neue Map, aber auch von der Art her komplett anders. Dann haben wir jetzt die Leaks mit Cops & Crooks und Polizei DLC. Ich denke, es ist gar nicht so unrealistisch, diese Idee. Und trotzdem bleibt es erstmal nur ein Wunsch, dass wir eben auch als Polizist einen Heistball spielen können. Also auf die andere Seite vom Gesetz gehen können. Ich denke, das wäre eine sehr, sehr interessante Art und Weise. Genau, Freunde, das waren dann auch schon die ersten fünf von den zehn Dingen, die wir bei uns überlegt haben. Wenn ihr Bock habt auf Teil 2, also auf die nächsten fünf, dann... Schaut doch gerne auf dem Kanal von VenomAims vorbei. Dort findet ihr auch den zweiten Teil, die nächsten fünf Dinge, die wir uns für das Update noch gewünscht haben. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr sagt, ey, ich soll mal öfters mit anderen YouTubern zusammen ein Video machen, dann lass gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn du hier neu bist, lass doch gerne auch ein Abo da, um nichts mehr rund um das Winter-Update, um das nächste Update, um GTA 6 und vieles mehr zu verpassen. Und bevor dieses Video hier zu Ende ist, muss ich nochmal ganz kurz ein paar Infos raushauen. Und zwar ist es so, dass er jetzt an diesem Wochenende meinen Roleplay-Server auf dem PC online geht. Und ich weiß jetzt noch nicht, ob ich zu dem Zeitpunkt, wenn ihr das Video seht, das Ganze schon offiziell angekündigt habe, weil das Video hier vorproduziert ist für Freitag und ich nicht weiß, wie weit wir bis dahin gekommen sind. Aber jetzt am Wochenende ist sicher, dass dieser Roleplay-Server online geht. Alle Informationen dafür findet ihr auf Instagram, auf Discord und selbstverständlich eben auch noch zusätzlich im Community-Post hier auf YouTube. Das bedeutet, wenn ihr auf PC spielt und Bock auf Roleplay habt, dann schaut auf diesen drei Medien auf jeden Fall vorbei. Am besten einfach auf Instagram, dann braucht ihr euch gar nicht groß drum kümmern, sondern bekommt einfach bei der Story die Information ganz entspannt. Und ja, zockt damit auf den Roleplay-Server, was wir da bis jetzt haben. Und heute ist Mittwoch. Was wir bis jetzt haben, ist wirklich unnormal geil, unfassbar krass. Und ich glaube, so habt ihr das auf keinem anderen Roleplay-Server gesehen. Es würde mich also freuen, wenn wir dort uns mal treffen und der Jack Harrison, oder wie ich das auch immer heiße, euch mal die Stadt zeigen darf. Nun gut, Freunde, das war es jetzt auch schon mit diesem neuen Video und ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag. Kommt gut ins Wochenende, wir sehen uns dann heute Abend eventuell im Livestream. Sollte der Roleplay-Server fertig sein, alle Infos wie gesagt auf Instagram. Haltet einfach die Augen offen, ob in der Abo-Box ein Stream angekündigt wird oder nicht. Dadurch, dass das Video, wie gesagt, vorproduziert ist, kann ich euch jetzt noch nicht genauere Informationen hier im Video sagen. Weil, äh, ja, ergibt schon Sinn. Nun gut, jetzt bin ich aber auch wirklich mal raus. Ich wünsche euch noch einen schönen und vor allem einen angenehmen Tag. Ich wünsche euch noch einen schönen und vor allem einen angenehmen Tag. Kommt gut ins Wochenende. Haut rein, bis bald. Und tschau. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.